So ist Paris ist ein französischer Spielfilm aus den Jahren 2006 bis 2008. Regie führte Cedric Klappisch, der auch das Drehbuch schrieb. Im Mittelpunkt stehen nicht wie in vielen anderen Paris-Filmen schöne, reiche Intellektuelle und Snobs, sondern kleine Überlebenskämpfer und seelisch versehrte Gestalten im Alter über 30. Handlung Pierre, ein junger Tänzer, erfährt von seinem Arzt, Dass er an einem schweren Herzfehler leidet, vermutlich könne ihm nur eine Herztransplantation das Leben retten. Während er auf ein Spenderorgan wartet, zieht seine Schwester, die alleinerziehende Sozialarbeiterin Elise, mit ihren drei Kindern zu ihm in die Wohnung, um ihn zu unterstützen und seine Einsamkeit zu lindern. Hauptzeit vertreibtes Geschwächten und auch leicht depressiven Pierre ist es, vom Balkon seiner Wohnung aus die Nachbarn und Passanten zu beobachten und sich Geschichten zu ihnen auszudenken. Der Film, der im Stil an Robert Altmanns Shortcuts erinnert, aber auch die Narrativ-Tradition eines Honore de Balzach aufgreift, vollzieht diese Geschichten nach, indem er sich episodenhaft an einzelne Figuren heftet und deren Tagesablauf eine Zeit lang mitverfolgt. Die Erzählstränge überlagern sich gelegentlich, manche führen auch nahtlos ineinander. Insgesamt ist die Perspektive eine Huldigung der kleinen und großen Dramatik des Alltagslebens ganz unterschiedlicher Menschen und natürlich der Stadt, in der sich diese Leben abspielen, Paris. Es ist ein Film über Liebe, familiäre Bindungen, Einsamkeit und Mitgefühl, der die Schicksale der handelnden Personen auf unerwartete Weise zusammenführt, Kritiken. Die deutsche Kritik steht Klappisch-Film tendenziell erfreut gegenüber. Er erzähle ohne Hektik, fokussiere auf das Gewöhnliche und zeige das Fremde im Vertrauten. Im vielschichtigen Kaleidoskop, im wehmütigen Reigen, stellte er Geschichten und Orte virtuos dar, mit Humor und ehrlicher Romantik. Der Film sei charmant und zärtlich, selbst wenn die Geschichten das Klischee streifen, spürt man die Liebe für die Menschen. Klappisch habe ein feines Gespür für die großen dramatischen Momente in den Leben seiner Figuren und erzähle das Klischee-Motiv vom Professor. Der eine Affäre mit einer Studentin hat behutsam wie filmisches Neuland. Es gäbe interessante soziale Schichten zu entdecken und die proletarischen unter den Figuren hätten Tiefe. Ergebnis sei ein amüsantes und trauriges Potpourri, Klappisch beherrsche wie kein anderer auf der Welt das Genre des episodischen Films. Doch die Dialoge kämen nicht an die treffend Bösartigen aus seinem UNRD-Familie heran. Vergleichsweise wenig Erwähnung erfahren in den Kritiken die Schauspieler. Sie schienen sich bei Klappisch wohlzufühlen und anders als die Deutschen wirkten französische Darsteller natürlich, wenn sie einfache Leute spielen. Romain Douris erweise sich als vielseitiger Großschauspieler und in Juliette Binoche könne man sich wieder verlieben. Meinte der Rätseln sind der Taz, auch das Hamburger Abendblatt hält sie für einen Lichtblick innerhalb des Films. Die Welt findet Fabrice Luchini bringe als Professor wunderbar die Tragikomik eines älteren Waisen rüber, der sich in ein junges Mädchen verliebt. Einerseits hieß es die Geschichten der Figuren seien miteinander verflochten ohne dass diese es immer wissen. Ein anderer Teil der Kritik fand, das Erzählmodell des Ensembelfilms, in dem einzelne Figuren nicht besonders originell zu sein brauchen. Weil sie als ganzes Schwere erlang, sei ein erschöpftes. Mehrere Kritiker stellten fest, die Figuren und ihre Schicksale seien zum Teil zu knapp gezeichnet. Ihre Verbindungen untereinander seien zu schwach und wirkten zufällig, auch seien einige Geschichten entbehrlich, zu beliebig und zu undramatisch. Insbesondere der Erzählstrang um den afrikanischen Einwanderer Wöcke angeklatscht. Klappisch strebe, wie schon der Titel verrate, ambitiös das Porträt einer Metropole an. Wobei die Addition der Einzelgeschichten zu einem Ganzen gar nicht vorgesehen sei. Ein Kritiker fand, Klappisch suche die hinlänglich bekannten Wahrzeichen von Paris auf. Andere erkannten, dass das Paris der Postkartenbilder als Kontrast zu den gewöhnlichen Normalbürgern funktionäre, die im Vordergrund stehen. Er mische bekannte Paris-Motive mit unverbrauchten Winkeln zu pittoresker Eintracht und gewinne der vielfotografierten Stadt neue, nicht schon tausendfach gesehene Ansichten ab. Er verkläre die Stadt nicht und wo er die bekannten Paris-Klischees zeigt, ironisiere er sie. Positiv Stuttgarter Zeitung 17. Juli 2008 S36 von Thomas Klingenmeier Der Tagesspiegel 17. Juli 2008 S27 von Daniela Sandwald Taz 17. Juli 2008 S17 von Jochen Schmidt Die Welt 17. Juli 2008 S25 von Matthias Heine Air-Positiv Cinema Nr. 8 2008 S Filndienst Nr. 15 2008 FD 38805 S Ray Nr. 7 plus 8 2008 S Gemischt Frankfurter Rundschau 17. Juli 2008 S32 von Gerhard Meding Neues von der ausgedienten Insel Hamburger Abendblatt 17. Juli 2008 S9 von Volker Behrens 31 S37 von everything Nr. 15 cuide. Vielen Dank.